Hallihallo und herzlich willkommen meine Damen und Herren zur letzten Folge von unserem geliebten Projekt Prop Hunt. Heute mit mir dabei sind der Heiler, der Longclaw, der Stevie, unser Atta Blümchen, der Bladitsch, Na Berndt, wie spreche ich das denn freundlich aus? Der Sascha, Na Berndt und ich euer Overlord of the Faggots. Sonic, auf der wohl legendärsten Prop Hunt Map, nämlich Restaurant, aber im 2017er Remake. Wer callt hier mich schon wieder? Wer ist hier calling me? Ich bin zuerst, ich weiß nicht welcher Tor das ist. Was ist der? Ne. 33. 33. Danke. Bitte gern. Nein, Heiler, I-Day. Ne, wir doch mal das Longclaw. Oh, das war Knitgen, das war uncool. Alles wieder aufrücken, auch knatschen. Longclaw's cooler drauf als Heiler. Ja, boah, wer hat da 32 gemacht? Ich. Atta ist 30. Warte, es ist 32. Ich mach' ich mit. Ich mach' das nicht, das ist nicht. Hallo Longclaw noch mal. Hier ist einer. Da ist einer, Vorsicht, lauf. Das Heiler. Geh' weg, Heiler. Das Heiler, der da steht? Nein. Warte, du bist bei mir im Raum? Im Keller? Nein. Da ist Sonic. Oh. Ich muss mal kurz weg hier. Da war ich. Welcher Flasche ist denn im Keller? Nee, ich bin keine Flasche. Doch. Du hattest grad so ein paar Leute runter in den Keller. Den sind du nicht versteckst. Passt auf, da sind jetzt drei Leute unten im Keller. Ja, Leute. Dann geh' mal weg. Ah, ne, warte mal, zwei Leute unten im Keller. Heiler, hama ab jetzt hier. Vielleicht. Longclaw, ich bin jetzt schon dreimal direkt angekommen, so wie so. Nicht aufschreiten. Ich weiß nicht, wer das da vorne ist. Ähm, aber... Sag mal, wo bist du? Der mit der Maske auf und der Gasmaske entstanden hat auch schon, äh, jetzt ist zwar genau vor mir gestanden. Ich bin im Hauptraum unterwegs. Oben? Jetzt ja. Da haaks! Boah, Leute. Alter. Ich würde mich abbewegen, aber das Problem ist, dass der mit der Maske immer vor mir steht. Ja, bewegen ist jetzt der reinste Tod. Ohne Witz. Komm mal weg. Nee, warte mal, bewegen ist der reinste Tod, ich komm zu euch runter. Noo! Nein, nein, nein. Geh da rein, da läuft keiner. Nein, nein. Nicht töten, nicht töten. Nooo! Noo! 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 Mein Versteck ist so fucking obvious, auf mir standen schon... Ich weiß nicht. Ach komm, Alter! Hey, wer ist denn drüber gesprungen? Ich hab übrigens jetzt 130er Play. Ja, ich weiß, wer was du bist. Achso, das bist du. Was? Wie ist das denn passiert? What the fuck? Was hast du gemacht, Alter? Einen Schuss. Hey, du bist weggelaufen. Nettig. Ja. Warum? Das ist ein Bild von Mercy. Ich hab mich bewegt, da haben sie mich gesehen. Ein Bild von Mercy? Aus Overwatch. Ja, ja, ich weiß, wie du meinst. Wo denn? Unten. Bei Beamer. Da ist auch Jerry einmal. Oh, ich kann mich nicht in den Weg sehen. Nettig. Du weißt doch, was eben in mir gelandet ist, oder? Das ist doch nicht... Was? 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 Kurt, könntest du mich retten? Du sagst fest? Nein. Nein. Warte mal kurz. Ja, ich bin leider schon. Ich glaub, wir sind zu weit weg. Ach, da kommst du doch schnell wieder hin. Sonic, dein Ernst. Ey, Sonic, keine Cheats hier. Slap. Sonic. Isch. Isch. Äh? Er slappt sich selbst frei. Komm ich nicht raus. Ey, ich hasse einfach die Physiks hier. Wie zwei Granaten, ich mach mal nach Fressex mit dir. Wo kann ich denn hier banen? Mute. 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 Ja, ist okay. Voll was. Unable to chat. Loscher. Ja. Gimmt. Haha, dass der ein Gipp ist, wissen wir jetzt. Kann ich da rein? Das kannst du einsammeln. Jawoll. Ja, wie denn? Ich bin da oben, okay. Da würde ich weggehen, weggehen, weggehen. Danke. Jo. Haha, ich bin safe, guck mal was ich bin. Ja. Ey, die... Aber ich bin da drin. Wie allein. Übrigens, könntest du mich mal anluten, weil irgendwie... Ich war in dem kleinen Computerraum unten. Ich kann ja gar nichts in den Chat derzeit schreiben, als irgendwie... Ich hatte ja auch gegimpt. Lärmer Power uns. Ey, wer ist denn der mit der Gast und welcher von den Killern gewesen gerade? War das Heiler? Kann sein. Nur eine tolle Nachricht gesehen. Das wissen die nicht, Atta. Oh, ich darf auch nicht schreiben. Ja. Böde. Nein, dürfen wir... Dürfen wir nicht. Ja, das kann man sehen, wenn man mit der Maus rübergeht. Aber nicht als Block. Aus der Situation, wo ich da... So, wo ist Heiler? Weil, was... Weil, was... Das passiert, wenn ich schreibe... Wer bist du, Pflanze? Oh. Warum jetzt, Sascha? Weil du von seinem Auto gebackt bist. Nein! War ich nicht! Ja, aber du stehst so, als wenn du da gebackt bist. Dann sieht man dich halt sofort. Gebackt bist? Wacke, wacke, wacke. Wacke, wacke, wacke. Wacke, wacke, wacke. Wacke, 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 wacke. Wacke, 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 wacke. Ja, das weiß ich manchmal gar nicht. Bist du etwa... Bist du etwa das, was ich denke, was du bist, Long? Ja, ist es. Nein! Nein! Okay, ja, Alter. Long, das wird interessant. Au! Warum kann ich den Scheiß... Au! Ach so, Sascha! Wie kann es sich... Nein! Nein! Man kann sich das alles gar nicht merken, wo was steht. Äh... Ja, ich dachte, dem kann ich auch schon diese Kiste, aber ich krieg Schaden, wenn das auf die Schieße. Ja, dann ist das auch nicht. Aber ich kann sie nicht bewegen. Kein Stück. Das arme Wasserspender konnte echt nichts dafür. Ach so. Warum kann ich die ganze Zeit eigentlich Schaden? Ich mach überhaupt nichts und krieg hier laufend Schaden. Äh, wenn du Flaschen oder Gläser umwirfst und die kaputt gehen... Musst du zahlen an Ikea. Musst du das zahlen! Aber Ikea hab ich gestern erst genug Geld gelassen. Das ist zwar ein bisschen doof, dass ich nicht viel sehe, aber irgendwie ist das grad lustig. Ähm, ähm, nennt man schnell noch drei andere Gemöbelhausmarken... Gemöbelhausmarken. 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 Gemöbelhaus. Möbelboss. Was? Das war XXXL. XXXL. Ich weiß nicht, wie viele X es sind. XXL. Da hab ich nur. Viele XXL. Ne, das sind 3X. Oh, ein Würstchen im Wasser. Möbelboss. Hab ich schon was gesagt? Der ganz fette Lutz. Oh ja, komm. Möbelhafner. Häfner. 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 Aber hier ist normalerweise ein Wasserspender gewesen. Ich bin auch ein Wasserspender. Also lass das echt mal hier nicht auffällt Long, ne? Ja. Lustige Grafikfehler. Noi. McDonalds. Nud. Achso, du bist ganz schön hohl. Stevie, guck mal bei mir hier. Ja, wenn das nicht auffällt. Ich bin nicht, Tyler. Äh... Der hat mich direkt eingeguckt. Ich stand auch so, dass die Tür die ganze Zeit offen war. Bam, 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 bam. Alles roten. Oh, was ist das denn für ein Raum? Achso. Letzter Grafikfehler. Ernsthaft, Tyler. Ich war bei dir. Der möchte spielen. Warte kurz kurz nachladen, warte kurz, ich geh nochmal raus. Ich bin nicht im PC, vielleicht war ich auch im Stuhl. Habst du dich doch also gefunden, ja? Was hat Adda gemacht? Krumm gemacht. Er hat, wenn du schon so fragst, Adda, dann ist das doch klar. Könntest du mir einen Tipp geben, in welche Richtung Haier da ist? Was kommt da? Ich war gerade direkt, wer ist da mit dieser komischen Waffe? Ja, das war Sonic. Ich war direkt neben ihm, bin neben ihm hergelaufen. Ja, ich war doch in dem Raum. Guck mal, die sind alle weggegangen, Hailer, jetzt hast du gerade Ruhe. Bist du noch in dem Raum, Hailer? Ja, ist er. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er etwas von dem... Ich bewege mich die ganze Zeit immer wieder. Ja, das tut er. Ja, im Gegensatz zu Stevie. Ich bin tot! Mensch. Freue doch. Ich bin froh, dass ich mich nicht so viel bewegt habe, aber ich fahre in einem verdammter Getränkeautomaten. Das ist ein Grund, aber kein Hindernis. Ich konnte ja nichts sehen. Ich wusste nicht, wann ihr in der Nähe seid, aber nicht. Alter, ernster Feiler, ey. Was zum Glück. Keiner bei dir. Feiler. Feiler, bist du eine scheiß Wurst. Nein. Nein. Nein, der ist ein Scheiß Wurst. Nein, der ist ein Scheiß-Tieren. Warte kurz. Jetzt. Nein! Wo war er? In der Ecke. Hier. Die Variante da rumlaufen. Hat nur getroffen, wird zum Taunen. Granate! 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 Eskalation! Oh, ich bin... Was tun wir denn? Was tun wir denn? Eskalation! Eskalation! Partyhause? Oh, ne, warte mal, da habe ich jetzt ein Problem. Nein, ich habe auch ein Problem. Äh, nur noch 10 Sekunden. Nein, ich habe ein Problem. Ja, die du besetzt. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 5, 1. Nee, das geht nicht. Hi, Sascha. Warte bitte, lass mich auch mal... Ach, Mann, Alter. Ach so, Alter, du hast es echt mit dir. Das war jetzt gemein. Das war ja echt eine Sekundenaktion, oder? Was? Mit der Quoba? Wie lange habe ich jetzt die Sekunden keinen zu killen, weil ich mich eigentlich nur umdrehen, rechtlich und mich eigentlich nur selbst killen, und dann stand da einer. Hast du ihn ernsthaft mit der Quoba gekillt? Heider hackt. Wie habe ich mit der Quoba gekillt? Wollte ja fair sein. Das war ein Quoba-Kell. Negative. Heider hast du auf den Kapper. Da muss kein Kapper hinter. Ja, du mich auch. Wenn du meinst, ich lese das vor, dann... Schick mir mal so eine Dose rüber. Hey, hör auf dich. Ich sag nur sowas hier. Warte. Ja, warte. Sowas. Bitteschön. Ja, warte. Bitteschön. Oh. Das war nur mit dem Punkt. Dankeschön. Das war nur mit dem Punkt. Das war nur mit dem Punkt. Das war nur mit dem Punkt. Jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, was meine Möbel machen, wenn ich nicht zu Hause gebe. Aktuell versuch, dass ich Fortpflanzung habe. Wollen wir es wissen? Nein! Warte, kann ich das... Bei der Fortpflanzung? Warte. Warte. Nimm den Stuhl, dann mach ich eine Dokumentation über Tische gegen Paarung. Nein. Dokumentation. Ich komm hier nicht weg. Ich kann hier gleich nichts mehr rüber schieben. Rette dich selbst. Ich kann hier gleich nichts mehr rüber schieben. Rette dich selbst. Wo ist das jetzt kommen? Es kommt gelegentlich vor, dass Tische bei ihrer Paarung sterben. Nein, ich bin nicht ich. Einen wilden Hunter, der einstürzt auf die Paarung entdeckt hat. Wer bist denn sonst? Ich kann mir das nicht ansehen. Ich schließe euch mal ein. Oh mein Gott, er tötet mich. Der wilde Hunter stört... So, ich wollte auch mal jemand mit Cobra killen. Der wilde Tisch ist gestorben. Ding, ein wehrlosen GG. Wow. Allerdings hat der männliche Tisch den weiblichen Tisch noch rechtzeitig befruchtet. Das ist klar, Sonic. Gut, dass ihr bei deiner Wut dazu oder gar keine dazu habt. Das ist halt echt so. Das ist halt so witzig. Ne, nicht ganz. Weil sich mal wieder kein Schwein für mich interessiert. Das ist nichts Neues. Das interessiert sich schon für dich. Nein, lustig, ja. Glaubst du, du kannst da geradeaus weiterspringen? Nein. Das wäre lustig. Hä? Aber glaube ich nicht. Schwierig. Zeig mir deine Skillsplitting. Ich schaff dir nicht mehr das Geländer. Ja. Ja. Jetzt weiß er, dass er oben ist. Da unten eins. Nein. What the fuck. Haha, du wolltest zwei die Skills sehen. Nein. Ich bin durch den halben Raum geflogen. Aber er ist trotzdem Kacknob. Achso, jetzt bin ich plötzlich ein Kacknob. Ja. Wieso verlieren wir eigentlich? Weil wir ein Kacknob sind. Weil wir ein Kacknob sind. Weil wir ein Kacknob sind. Du musst deinen Wort nochmal Taten folgen lassen. Ja, ich bin zu schnell tot. Was soll ich sagen? Ja, dass du Mongo bist, soll ich das sagen. Nein, eine Mango. Eine Mango-Klasse-Wand-Fähig aussehen. Lalalala Mango. Hier sehen Sie ein wildes Bild. Ich bin in seiner natürlichen Umgebung. Ein LKW. Pflanze! Oh. Als der Boom ist down. Da ist er! Da ist er! Oh oh! Da ist er down! Hey, ich will dich essen! Ich will dich essen! Ich will dich essen! Ich will dich essen! Nein, komm wieder zurück Burger! Ich muss dich essen! Nein! Er ist ein Burger King. Ich muss dich essen! Ich habe ihn! Ich muss dich essen! Heiner down! Yeah! Aber Sascha, das hast du nur geschafft, weil ich dich angespornt habe, oder? Jetzt kommen wir vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Kater. Da! Burger! Ich will dich essen! Mein Burger, ich will ihn essen! Oh! Oh! Das... Das... Das ist doch... Das ist ein... Das ist ein Glück, Burger! Haha! Haha! Das war so traurig! Ivi als letzter Überlebender! Das kann ich aber... Schon wieder?! Ja! Ja, bis zum Glück! Hast du jetzt so einen schlechten Sprung geschafft gehabt?! Der hat sich doch wieder von Anfang an nicht bewegt! Wo finden wir ihn denn? Er bewegt sich viel! Das stimmt! Ich bewegt mich! Ja, auf der Stelle! Nooo! Ivi im Kreisdrehen! Los, wir leuten hinterher! Ivi läuft leuten hinterher! Das würde ich sehen! Ja, ne? Warum Sonic? Boah, Stevie, das ist ja Schleichwerbung! Was denn? Ja, warum blockst du den Weg da? Das ist scheiße Schleichwerbung, ne? Das war der magische Mann im Zimmer! Komm ins Zimmer, dann siehst du, wer der magische Mann ist! Tschüss! Haha! Tschüss! Äh... Was ist das denn hier für... Also, man erkennt die Logos, aber... Ja! Das ist nicht direkt Werbung! Natürlich nicht! Das ist doch euer Spray, natürlich ist das Werbung! Ja, der Spray, aber das, was da drunter ist! Ich werde mich schütteln, hier irgendwas auszunehmen! So, nochmal schieße ich nicht auf die Gaskanister, das hat letztens eine Aua gemacht! Ja, raus! Zeit mal! Ne, ne! Wie viel Aua macht das denn? Ne, eher sehr viel, weil alles explodiert und du stirbst einfach! Ich bin grad Polo-TV! John Cena ist in der Hof, Alter! Darf ich Stevie umschreiben? Ja! Oh! Scheiße, reicht, danke! Er macht einen auf klug! Hahaha! Okay, warte! Wow! Du hast den Weg versperrt, der uns zu Stevie bringen würde! Ja! Sie sind ja diffamiert, nicht wahr? War das nicht instant? Nein! Ich bin instant zu ihm gelaufen! Er macht einen auf klug! Ich wusste, dass es ein Buch ist! Mannoooo! War das so leicht? War das so leicht? Das war so leicht für mich! Oh, das war's schon! Und meine Damen und Herren, das war's ja schon mit einer Folge Prop Hunt! Und nicht mit irgendeiner Folge, sondern mit der letzten Folge! Es war ein lustiges Projekt! Es hat mir Spaß gemacht! Es hat mir Spaß gemacht, das ganze mal mit euch verrückten Mädchen, natürlich ein paar Jungs natürlich auch, also Stevie vielleicht jetzt nicht, aber mal auszuprobieren! Ich hoffe, es hat euch trotzdem auch gefallen, Zuschauer, denn wir hatten eine Menge Spaß an dem Projekt, auch wenn es nicht immer so super funktioniert wie sie, die eine Runde wo Heider mich instinktilt! Sorry! Ich werde es immer vorhalten! Jedenfalls hoffe ich, ihr seid auch beim nächsten Projekt, was irgendwann mal existiert, dabei und ich danke euch fürs Zuschauen bei allen Folgen! Danke! Ciao! 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 Bye! Na egal, haut rein! Jo!